Krishna Chaitanya. Kurze Erläuterung der Sanskrit-Begriffe Krishna Chaitanya. Krishna ist der Name für Krishna. Krishna, die achte Inkarnation von Vishnu, voll Avatar von Vishnu. Krishna heißt auch der Dunkle oder der Dunkelblaue. Krishna ist aber eben diese Inkarnation Gottes, Manifestation Gottes, die, obgleich sie vor 5000 Jahren auf diesem Planeten gewandelt haben soll, auch heute weiter spürbar und erfahrbar ist. Chaitanya heißt Bewusstsein. Krishna Chaitanya hat so zwei Bedeutungen. Zum einen kann man sagen, es ist das Krishna-Bewusstsein, Krishna Chaitanya. Krishna Chaitanya heißt aber auch derjenige, dessen Bewusstsein stets bei Krishna ist. Und Krishna Chaitanya ist auch der Name eines der ganz großen indischen Heiligen, der auch Chaitanya Mahaprabhu oder auch Gauranga genannt wird. Krishna Chaitanya, Gauranga, Krishna Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, alles Namen eines ganz großen Heiligen, der irgendwann im 15. Jahrhundert nach Christus gelebt hat und die Krishna-Bhakti-Bewegung stark beeinflusst hat. Insbesondere hat Krishna Chaitanya das Maha Mantra geliebt. Und er hat das Maha Mantra sehr populär gemacht in Indien. Er hat das Mantra auch umgekehrt, denn eigentlich ist er das Maha Mantra Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aber von Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, war so hingebungsvoll zu Krishna, er konnte nicht warten, den Namen Krishnas am Ende eines Mantras zu rezitieren. So fing er an mit Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und so gilt auch Chaitanya Mahaprabhu, beziehungsweise Krishna Chaitanya, als Begründer einer bestimmten Richtung im Vaishnavismus, nämlich Gaudiya Vaishnavismus, aus der auch die Hare Krishna Tradition Iskon stammt. Aber nicht nur die Hare Krishna Bewegung verehrt Krishna Chaitanya, sondern auch Swami Sivananda hat eine sehr große Hochachtung für ihn und hat auch mehrere große Artikel über ihn geschrieben. Hat er auch in seinem Buch, Saints and Sages, hat er einen großen Kapitel geschrieben über Krishna Chaitanya. Wenn du diesen Artikel lesen willst, dann geh eben auf unsere Internetseite auf www.yoga-vidya.de. Gib dort im Suchfeld ein Krishna Chaitanya oder auch Gauranga und dann findest du einen langen Artikel mit der Lebensgeschichte von Krishna Chaitanya, was er so getan hat, was er bewirkt hat. Und du kannst auch so deine Hingabe zu Krishna Chaitanya entwickeln. Krishna Chaitanya, einer der großartigen Bhaktas, Gottesverehrern, der immerhin Krishna Chaitanya, Bewusstsein Krishnas, gelebt hatte. Und so eine große Inspiration und bis heute auch jemand, dessen Energie spürbar ist und dessen Gnade uns alle segnen kann. Krishna Chaitanya, derjenige, dessen Bewusstsein bei Krishna ist. Auch das Krishna Bewusstsein, Name eines der ganz großen heiligen Gottesverehrer Bhaktas. Ja, das war's für heute. Mein Name, Sukadev, Gründer von Yoga Vidya, www.yoga-vidya.de